Jo, willkommen zurück zu Terraria, diesmal wieder mit Zombie. Hallo. Hi. Und mir, hallo. Aber das, das, dafür interessiert sich sowieso niemand. Na, das ist ja Standard. Ja. Ich geh mich schon mal in irgendeinem Abgrund stürzen. Oh, Shadow Scale haben wir noch 10 Stück, seh ich gerade. Bitte? So viel. Geil. Guck mal, hier unten ist noch ein 12 Fallen Stars, da kannst du dir deinen Mana-Stern noch fertig machen mit. Sehr schön. Bei dir, da hier? Ja, der mittleren. Ah, sehr nice. Hab ich auch noch welche im Inventar? Nö. Und ihr seid beide schon wieder auf der Map drauf? Wir sind schon in unserem Haus und bereiten uns vor. Der Zombie ist noch nicht da. Ne, nicht mal ansatzweise. Ich bereite mich aber auch vor. Na toll, einen Shadow Kopf kann ich machen. Shadow Helmet. Hast du schon einen? Äh, was ist das? Jetzt kloppt's doch mal in der Tür. Egal, mach einfach weiter. Den Helm. Aber so einen Shadow Helm hab ich noch nicht. So. Den kann ich dir bauen, wenn du möchtest. Äh, ja, kannst du mal machen. Denn obwohl der eigentlich, ich hab ja schon, ach ne, ach scheiße. Das war, zack hab ich der Ding gebaut. Ja, das war, war doch nicht so eine gute Idee. Warum hast du denn für einen Helm? Shadow Helmet ist mir jetzt gerade erst draufgefallen. Oh, verdammt. Oh Gott. Einmal, einmal, einmal nicht aufmerksam gewesen. Oder wo ist denn der Händler? Da kann man wenigstens für ordentlich Kohle verkaufen, vermute ich doch mal. Ja, wenn nicht, dann lass den unten in der Truhe. Dann klau ich mir den. Hast du den noch nicht? Ja doch, aber mit meinem anderen Charakter. Ach so, okay. Okay, wir würden, ähm, boah, ich hab neun Gold gekriegt. Huch. Ja, dann verkauf. Ja, hab ich ja jetzt auch schon. Soll ich dir das Gold mal geben, dass wir da irgendjemand, oder? Pack oben in die Piggybank. Ah ja, genau, ich hab auch noch ordentlich Silber, 40 Stück. Äh, Piggybank, Piggybank. Ah ja, ich brauch mal Schüsse, Ammo brauch ich, Ammo. Warum ist die Piggybank leer? Ach, egal. Ist die leer? Ja. Die ist aber immer auf den eigenen Charakter bezogen. Ja? Ja. Nicht auf das Gemeinsame? Nee. Ach so, ich hab 16 Gold jetzt drin. Ja, ich neun. Pass auf, dann geb ich dir das Geld und du tust es einfach da rein. Ja, genau, gemeinsame Spardose. Genau. Ups, nee, das war der Enterhaken. Hier, hier und hier. Sauber. Quick Stack. Ah, nee, muss ja noch shoppen gehen. Ich brauch Munition. Ein Mana, Crystal. Äh, Micha, du kannst dir sonst fertig machen, dass du den Life auf 280 hast und Mana auf 3 Sterne. Äh, Mana hab ich schon auf 5 Sterne und Life auf 260. Ja, das ist auch okay. Ja, 260 hab ich auch. Ja. Ich hab jetzt das letzte Mal eiskalt, ähm... Ha! Dann wird alles gemobst, nein, Quatsch. Ich hab wieder alles weggenommen da. Ja, das bin ich ja eher. Ja, da kann ich mich jetzt noch ein bisschen drauf vorbereiten, ja. Ja, nehm ich denn hier? Bloop, hier haben wir noch ne Kiste, die tue ich hier rein. Ne Black Lens tue ich hier rein. Stinger tue ich hier rein. Das behalte ich bei mir. Trulala. Goldfisch kommt hier rein. Gel kommt da rein. Pilz kommt da rein. Brauchst du noch Fackeln? Ne, ich hab 58, das sollte vorerst reichen. Achso, gut. So, so, okay. Ich hab auch gleich alles, wenn ich endlich mal komm. Sehr schön. Demo Night Ore tu ich mal hier rein. Also in so ne Corruption Zone die Dinger da platt machen oder was, ne? Das würd ich jetzt sagen und dann nochmal den Wurm Boss und dann, ich würd echt sagen, wir probieren heute mal, wenn wir alle die Rüstung haben da nach dem Wurm, eins, zwei mal den Wurm machen. Soll ich einen Wurmköder vielleicht mitbringen? Ja, bring mal einen Wurmköder. Ja klar, warum nicht? Ja, eben. Das sieht ja nicht so in der Länge. Das erspart ein bisschen langweilige Kacke und dafür können wir ein bisschen was Spannendes machen. Nein, ich will nur langweilige Kacke haben. Wir können auch wieder in unsere Burg weiter bauen in der nächsten Folge. Ungefähr wieder drei Tage lang Etagen reinbauen oder sowas. Genau, Minimum. Ach, ist die Burg an sich schon fertig eigentlich? Ne, nur die Wand und der Rohbau, sag ich mal. Ah ja, das hab ich schon gesehen, das hab ich schon gesehen. Vor allem mit dem falschen Stein, verdammt. War nicht mit dem schönen. Ja, wir hätten eigentlich den Brick nehmen können, aber ist auch egal. Wir können auch die Inneneinrichtung mit dem Brick machen. Ja klar. Ich hol noch ein bisschen Dynamit oder was, ne? Ja, kannst du mal ein bisschen kaufen gehen da, dass wir so fünf Stangen haben oder so. Das sollte eigentlich reichen. So, passt. Dann geh ich mal in euer Machi-Netzwerk und lese natürlich lautstark eure Daten vor. Richtig. Kein Problem, der Server ist immer begrenzt, wenn wir zocken. Auch vordat mein Telefon geht. Schnell die Tür jetzt zumachen. Bäh, real life. Schiss, real life. Ah, mein Kollege. Leg auf. Ich mag dich nicht. Nein, ich möchte nicht mit dem Guide sprechen. So, erst mal den Dirt Rod geholt. Voll. So. Wo, in welcher Corruption wollen wir gleich? Rechts, links? Links, links. Da haben wir noch Unerforschte. Sind wahrscheinlich noch leichter zugängliche. Hallo. Oh, Zombie. Hi. Hallo. So, jetzt werde ich die Tür aufmachen. Luft. So, habe ich jetzt eigentlich alles Wichtige dabei. Was habe ich angelegt jetzt an Sachen? Hier, okay, den Obsidian Skull kann ich ablegen. Dafür nehme ich mir die Flipper wieder rein. So. Ich bin ab jetzt der Fernkämpfer. Rotes Team. Zack. Ah ja, rotes Team. Okay. Ich guck mal eben, wie die Aufnahme ist und dann bin ich sofort wieder da. Jo. So, und weiter geht's. So, wollen wir dann in Richtung Corruption Zone? Rechts oder links? Korruption? Links. Okay. Wir sind doch nicht rechts. Wir gehen immer noch links. Aha. Ja, immer in der politischen Richtung. Wow, 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 wow. Hui, haha, hui. Okay. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Enterhaken. Aha, das ist nicht gut. eine Geräse, aber ansonsten lief jetzt einwand frei. Oh, da sind wir ja schon. So direkt mal hier runter. Direkt mal hier, das soll direkt mal hier runter gehen. Achso, ja klar. Ja, ich sehe nichts. Aua, ich habe keinen Enterhaken, immer noch. Und leuchte ich einfach. Ah ja, stimmt. Da war doch was. Ich leuchte einfach mal. So. Ja, soll ich einen Würmkörder dann zünden oder sind hier noch Shadow Orbs? Ja, ne, hier müssten überall noch welche sein, weil wir ja hier nichts getan haben. Ich glaube, hier waren wir gar nicht, ne? Ne, ne. Ah ja, hier ist ja eine, okay. Hast du schon einen gefunden nach unten oder was? Ja, natürlich. Ah, okay. Ab nach unten. Können wir die jetzt abbauen oder was? Ja, hier. Komm mal runter, da ist schon direkt einer. Warte, ich habe gerade ein Herz gefunden. Er hat seine Liebe gefunden. In der Korruption. Ist das nicht süß? Ja, ist das. Das ist toll. Life Crystal. Wenn ihr Kinder habt, kommt dann bestimmt irgendwelche so komischen mutierten Kackviecher dabei raus. Weil das so eine Frau aus der Corruption Zone ist. Ein Wurm. Ein Wurm Kind. Ich habe hier auch so ein Shadow Ding gefunden. Sehr schön. Ja, der macht das Ente von unten. Oh. Oh, ja, okay. Äh. Sehr schön da. Und ich bin kein Entehaken. Ach, egal. Wir kommen einfach so. Oh, die Pfeile sind extrem gutwerklich gerade. Oh, krass. La 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 la. Hä? Was war das denn? Also ich bleibe bei hier oben. Also ich bleibe bei hier oben. Ich bleibe bei so ein bisschen Pfeile durch. Ich werde meine Shurikens. Ich werde einfach. Nein. Shurikens. Nein. Händerschwert. Boah, geil. Richtig nice. Wie das einfach mal keine Herausforderung mehr darstellt. Irgendwie macht er nicht wirklich Schaden, ne. Ach, und ich höre nur. Oh, oh, oh. Und irgendwie bin ich hier sehr gefangen. Ach, ja. Wo ist denn der, wo er mir jetzt... Er kommt hier. Ach, hier. Boah, er ist hier unten. Drei Stück. Mal, äh, letztes Stück. Ganz frei sind's glaube ich noch. Jetzt ist er tot. Yeah. So, ist er da jetzt alles gedroppt? Hat er überhaupt irgendwas sinnvolles gedroppt? Ja, äh, Demo Knight und Shadow Scale. Ich muss hier rausklettern ohne Entehaken. Nein. Das ist ärgerlich. Das ist ein Block zu. Ah ja, ich hab auch neun Shadow Scales. Also ich hab, ja, Shadow Scale 16 und 57 Demo Knight Ore. Satt, hier oben ist auch noch was, hier auch. Soll ich's dir mal geben? Ja, gib mal bitte. Du nimmst das dann einfach mal alles wieder auf und dann... Sauber. Jetzt können wir den Helm Fail gleich wieder ausgleichen. Ja. Auf jeden Fall. Oh, da unten ist ja direkt noch einer. Sehr super. Ja, da links ist noch einer. Ja? Drei... Zwei Stück... Oh. Oh, geil. Ich grab mich direkt mal hier runter, hier. Drei brauchen wir. Mach überall die beiden und ich such mir noch einen. Wir haben noch gerade schon... Wir haben noch gerade schon einen. Das hat doch gerade den Boss geholt. Hast du Alzheimer? Ja, ja. Ja, ja. Ist ja gut. Halt doch die Klappe. Was ist denn los mit dir? Na, die ist so aggressiv zu mir. Doch. Oh, ich muss mir auch alles aufschreiben. Haha. Haha. Mal, warum will der mich essen? Mal gucken, ob die olle Kugel jetzt mal eine Knarre oder sowas für mich droppt. Das wäre so geil. Der Knarre ist geil. Ja. Ich könnte wo oben auch eine kaufen, aber die würde 5 Gold kosten. Wieso? Äh, man findet aber auch später noch eine. Ja, deswegen... Ich will ja auch viel lieber eine finden und nicht unnötig Gold dafür ausgeben. Weil so schwer an diese Kugeln ranzukommen ist ja... Das ist dann auch nicht so schwer. Also... Naja, mit den Sachen, die wir jetzt haben, ist doch schon ganz nice. Blutmond! Da hab ich meinen geilen Hut her. Ja. Da verkauft der Händler tolle Sachen. Echt? Äh, ich glaub beim Blutmond verkauft er was. Oder nach Blutmond. Ich weiß es nicht so genau. Mit was baue ich diesen Eulen? Mit dem Hammer, ne? Okay, alles klar. Mit dem Hammer. Streams Echo. Oh, 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 wo ist er? Das haben wir aber echt gut getan. Jetzt sind alle drei nacheinander kaputt gegangen. Haha, geil. Ernsthaft? Ja. Sehr geil. So. Voll geil. Mach mal wieder hier zu dritt draufkloppen. Nein, das große Ding. Wie viel Schaden macht ihr mit eurem Schwert? 20. Gut, für meine Pfeile auch. Oh, fuck, der nimmt mich ganz schön durch hier. Boah, geil, der ist so lahm an hier. Komm, ich mach auch Laserschwert. Laserschwert Power. Boah, die ist doch mal geil. Haha, der kommt hier gerade hoch. Steckt platt. Walala. Ich soll mal noch unten meine Items holen. Ich hab mich mal kurz machen lassen. Oh, ihr seid schon fertig. Warte. Komm mal her. Warte. Hey, 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 hey. Bleibt mal alle bitte hier stehen, okay? Rumköder. Yeah. Noch, noch einen. Ja, den haben wir doch auch noch. Oh, sehr schön. Voll, guck mal. Wir haben drei verschiedene Lichtschwetter, Mann. So gut. Wir sind Jedis. Hahaha. Lalalala. Das dürfte der Boss eigentlich schon gewesen sein, eigentlich. Ja, super. Ja, ich glaub, dass wir jetzt die nächsten zwei Sekunden noch so weitergehen, dann haben wir das schon. Das ist ja schon krass, so die Schwierigkeit. Stier, du... Maus klicken. Oh mein Gott, das ist so anspruchsvoll. Aua. Au. Da hat einer gedrückt gehalten, was? Ja. Ich auch. Haha. Vielleicht mal. Also, pass auf. Komm mal her. Ja, ich will... Oh, ich hab nen Orb of Light gekriegt übrigens. Sehr geil. Was hab ich denn? Ich hab nen... So nen Morgenstern. Ich geb dir aber noch das Zeug, was er mir gedroppt hat. Dass du da direkt mal behalten kannst, bitte. Hier. Viel Spars. Danke. Ich benutze den Orb of Light. Muss ich den als Equipment... Als Spars reintun, oder wat? Den kannst du zaubern. Ich geb dir auch mal das Demo Knight or an Shadow Scale, so. Dankeschön. Ah, den kann ich aber beliebig oft zaubern, oder wat? Ja, klar. Sehr geil. Ha! Es war nicht mehr so hell, aber schon nicht schlecht. Ja, klar. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt ein paar gute Items hier krieg. So. Komm, wir gucken mal, was hier noch geht. Guck mal, da waren wir schon hier unten. Wie komisch. Ja, da waren wir schon.